Herzlich Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ja, Poison Ivy ist mit Superdünger in dem Sinne von Titan gedüngt worden und hat jetzt die ganze Insel mit Superpflanzen überwuchern lassen. Ja, dadurch werden die Wege also noch ein kleines bisschen anspruchsvoller oder herausfordernder. Naja, besser als Backtracking, wo man einfach sagt, renn da hin und hier hin und auch ja, währenddessen beschäftigt dich mit irgendwas. Naja gut, was haben wir denn hier? Tödliche Sporen. Setzen bei geringsten Bewegungen tödliche Sporen frei. Nähere dich mit äußerter Vorsicht. Der kann muss zerstört werden, um unschädig gemacht zu werden. Ja, dann machen wir das einfach mal. Und die Schmodder spritzt auch noch in die Kamera. Zurück geht das wieder weg. 25 EP für eine Kapsel ist ein bisschen wenig. Und ich glaube, man bekommt auch für irgendwie X zerhackte oder zerplatzte, wie heißt das, Kapseln auch glaube ich keine Herausforderung. Extra Geld oder, äh, Geld, Quatsch, gibt ja kein Geld. Äh, EP. Und, zack. Ja, diese wilden Irre oder wie kann man die überhaupt nennen? Maniacs oder so. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sich die Figur genannt haben. Die haben ja immer alle gewisse Bezeichnungen. Ach, das hat uns leider doch ein bisschen. Aber das kriegen wir wieder rein. Äh, die sind ja eher nervig als herausfordernd. Wir lassen sich ja auch nur mit einem Schlag umhauen und dann, äh, K.O. Und warum ich die jetzt, äh, kaputt mache auf dem Weg? Naja, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und, äh, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja in diesem... Ah, da kommt ja aber wieder einer. Ach, schade. Ich dachte, der Batarang haut ihn um. Na, Batman. So. Manchmal geht er leider nicht automatisch auf ihn drauf. So. Na? So. Und. Ja. Und leider haben Paris and Ivys, äh, Superpflanzen, auch noch geschafft, den ganzen... Das ganze Haus zu, äh, durchwuchern, wie es scheint. Hm, ist hier vielleicht in der Nähe... Ach, das sind... Das ist auch leider so ein Nachteil von Batman Arkham Silent, dass man hier die Karte nicht, äh, sehen kann, sondern immer extra ins Menü muss. Wohl, hier ist noch eine... Ich glaub... Ah, können wir, glaub ich, noch mal schnell gucken, ob wir noch diese Rittler-Trophäe bekommen. Na, komm, und drüber. Wohl, kann man die Rittler-Trophäe noch freischalten? Weil manchmal, glaub ich, ähm, versperren die, ähm, die neuen Ranten. Diese ranken jetzt auch Wege. Wodurch, äh, man leider nicht mehr die Rätsel dann, glaub ich, nicht mehr lösen kann. Ach, egal. So. Na, wo kann man hier noch? Ich glaub, hier ist irgendwo so eine, äh, so ein aufgemaltes Rittler-Trophäe, die man aus der Perspektive heraus, äh, scannen muss. Aber das können wir dann sehen, wenn ich aus der, ähm, aus der Mitte raus bin. Ähm, war hier nochmal der, äh, Eingang für besondere Gäste? Hier. Für die extravaganten Leute, für die die Tür nicht schick genug ist. Oh, ja. Ja, ja, die Ranken haben nicht nur das Haus komplett durchwuchert, sondern auch mit giftigen Sporen versetzt. Hm. Naja, zügig haben wir ja den Line-Launcher. Was für ein Zufall. Und, ja. Ja, anstatt einfach gegen die Wand zu klatschen. Und hier runter. Ja, praktischerweise verteilen sich die ganzen Spuren nur in diesem Bereich. So. Dann heißt es hier rauf. Und rüber. Der Batman muss wahrscheinlich ganz schön lange trainieren, damit er so... Der muss wahrscheinlich einen halben Tag trainieren, um so drauf zu sein. So. Und so lange der ganze, äh, ja, wie heißt das? Wo nennt sich das? Sporendampfnebel? Nebel ist, glaube ich, der richtigen Begriff hier noch ist. Kommen wir leider auch nicht mehr da hinten rein in diesem Raum, um noch die Rittler-Atoffeel zu finden. Oder vielleicht noch Rätsel zu lösen, was da, glaube ich, noch ist. Hm. Naja, aber ich meine mich an alten Let's Plays zu erinnern, von Ketos. Ähm. Dass es, glaube ich, später noch so sein wird, dass die Sporen hier weg sind und dass man wieder, äh, hier nochmal durchgehen kann. Glaub ich zumindest. Aber erst mal reden wir mit Cash. Batman! Das hast du gut erkannt. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen, aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer, Krok? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Ah, natürlich. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Sie bringen sie um. Hm. Ja, wer soll es denn sonst sein hier? Ich muss hier unbedingt raus. Ja. Mutierte Riesenpflanzen. Wer könnte es gewesen sein? Der Gärtner. Ja. Ja, der Gärtner ist immer der Mörder. Was hast du jetzt zu erzählen? Eine Pflanze kam durchs Fenster und hat sich den Kahn neben mir geschnappt. Hm. Vielleicht war das eine... Verdammt, ich weiß leider nicht, was für eine Pflanze dazu passen würde als Gebütz. Hm. Fragen wir mal, was hat er zu erzählen. Wir sind leichte Beute. Wir werden alle sterben. Hm. Du bist wahrscheinlich der Motivator, dein Team. Äh. Oh Mann, ich suche mir einen anderen Job. Der hier bringt mich um. Buchstäblich. Naja. In meiner alten Aufnahme habe ich hier total rumgeirrt und habe gedacht, äh, kommt man hier vielleicht irgendwo hin? Aber nee, wir müssen einfach nur den Weg backtracking-mäßig zurück. Hast du noch was zu erzählen? Ohne den Code des Anstaltsleiters kommst du nicht in Crocs Zelle. Wenn die Türen offen sind, steht Crocs Sicherheitsmanschette unter Strom, damit er nicht flieht. Croc ist gefährlich. Er hat seit einem Ausbruchsversuch meine Hand auf dem Gewissen. Ja, wie man sehen kann. Ja, ja. Die Anspielung auf Captain Hook, kennt man. Ist auch, glaube ich, nicht sehr schwer zu erraten. Jetzt müsste Killer Croc eigentlich nur noch einen Wecker verschluckt haben. Ah, hier sind auch, ah, hier sind auch Federmäuse. Fragt mich, was Federmäuse über Batman denken. Oh, ungünstig, ungünstig, ungünstig. Und wir kommen natürlich genau da wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Scheichdenken, Federmäuse. Äh, was ist das denn für ein Freak? Egal, flieg weiter. Oder, ich hole mir ein Autogramm. So, also, hier wieder rauf und durch. Na los, komm, schnell, 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 schnell. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Äh, bin ich hier richtig? Nein, ich bin jetzt, äh... Ach, ich bin jetzt wieder ganz falsch hier. Oder? Eingangshalle? What? What, what, what? Wo muss ich hin? Ne, ich glaube, ich muss da raus. Und... Genau. Ne, ich glaube, ich bin jetzt... Nein, ich bin richtig, gut. Die richtige Position im Leben. Ja, ja, Position, ja, ja. Was ist richtig? Position, das riesige Fragezeichen-Scanner. Oh, da habe ich jetzt keine Lust zu. Okay, jetzt schon noch einen kleinen Überblick. Ah. Okay, ah, die Schiffmuster hast du zu sagen. Okay, nur Spuren, okay. Ja, dann gehen wir mal zu Quincy Sharp und holen sie kurz, ne? Ah, das war wahrscheinlich wieder zu knapp für die 100 Meter Schwebe, ähm... Wie heißt das? Herausforderung. Ach. Ah. Ein paar Klacker-Klicker-Kräusche. Äh. Ja, es ist Gebisse. So, bestimmt noch, wenn man ein drittes, oder? Nein? Okay. Ach, machen wir erst lieber mit den, äh... Schuh, äh... Batclaw-Dingenskirchen. Das geht schneller. Und ein laufender Batman sieht doch irgendwie komisch aus. Obwohl... Ah, wir können hier noch schnell... Äh, ja. Hacken wir erst mal schnell. Na, 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 na. Ja, ja, also der... Xbox-360-Controller, glaube ich, stark hybrid ist es richtig. Na, na, wo ist es? So. Ja, ich glaube, denn hier sind es, glaube ich, noch ein paar Ritla-Trophäen. Oder ein paar interessante Dinge. Na ja, holen wir jetzt einfach mal schnell die Trophäe. War hier noch rein zufälligerweise irgendwas an den Wänden, was man scannen konnte? Oh, wieder ein Upgrade. Schön. Ja, ja. Ich glaube, in diesem Let's Play werden wir, glaube ich, alle Upgrades freischalten. Äh, nein, das ist nur ein übliches, normales Buch. Okay. Ja, das ist das übliche Buch, wo es überall hier rumliegt. Ja, ja, auf die Zeit, Moment. Ich höre mir jetzt nochmal das Tonband an und dann müssen wir, glaube ich, Schluss machen. Ja, wie konntest du nur? Er hat mich erpresst. Er hat den verrückten Plan, eine Monster-Armee zu erschaffen. Ich wollte aussteigen, aber... Und das auch noch zu Weihnachten. Hallo? Dr. Youngs Büro. Bitte warten Sie auf Mr. White. Was? Hallo, Doc. Wir müssen reden. Ich mach das nicht, Joker. Hast du mich gehört? Warte mal. Wie bist du an dein Telefon gekommen? Oh ja, tut mir leid, Doc. Ich muss da abhauen. Das klingt nicht gerade wie Telefon. Ich hasse kleine Endräume. Die erinnern mich an meine Kindheit. Noch eine Lüge? Nein, wir brauchen ja nicht. Wir können ja wenigstens spielen. Aber lassen wir uns nicht von Details ablenken. Also, jedenfalls will ich meine Monster. Ich hab dir das Geld zurückgeschickt. Ich will es nicht. Please, du raust dir Lob und Geld machen. Nein, nicht vorbeischwingen. Ich will nur meine Monster machen. Und wenn sie sie mir nicht geben, dann wird das nicht witzig. Oh, okay. Na gut, da hättest du eigentlich merken können, oh, Jack White und dann noch so ein Titanform, die Menschen aus Supersteroid-Monster machen könnte. Hm. Naja. Also, wir sehen uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge von Batman Asylum. Obwohl... Nein! Noch schnell auf die schnelle zwei Biografien vorlesen. Also, wir sind umständlich hier mit den Schultertasten. Gut. Ja, mir wurde geraten, ich soll mich doch lieber statt Random einfach rauspicken und doch lieber nach Reihe gehen. Quincy Schaub ist seit drei Jahren der Leiter der Anstalt von Arkham. Er hat sein Leben in den Dienst der Handlung der geisteskranken Superschocken gestellt, die in Goffens hätte ihr Unwesen treiben. Derzeit kämpft er im Wahlkampf, um das Amt des Bürgermeisters von Goffen und seine Amplationen zu unterstreichen, hat er die Sicherheitsrichtlinien in Arkham verstärkt und Experimente, Studien in Auftrag gegeben. Und ich glaube, diese Biografie habe ich auch schon mal vorgelesen. Ja, das ist das Problem, wenn man einen alten Speicherstand wieder benutzt. Hm. Gut. Ist ein Arkham Asylum Charakter. Wichtig, Tua überspielt und versucht zu säubern. Okay. Frank Bowles ist, glaube ich, ja langweilig. Deswegen soll ich trotzdem... Ach, ne, ja gut. Frank arbeitet seit acht Jahren Arkham. Er wurde bereits zweimal wegen Kunkenheit Dienstausfluss bediert, veranstaltet in den Zimmern der Wächter regelmäßig Polka. Frank hatte in Arkham liebend gern das Sagen. Allerdings ist ihm bisher entgangen, dass er unbietig ist und als nichts zu vertrauen nötig gilt. Und diese Biografie habe ich, glaube ich, auch schon mal gelesen. Hm. Bla. Äh, Arkham City. Okay. Äh, Asylum. Hm. Hm. Brausendes Wesen. Ja. Okay, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge von Arkham City. Arkham... Oh. Wenn man es einmal drin hat. Von Arkham Asylum. Und wir werden dann rausfinden, wer denn diese Gruppe von Verdichtigen ist, die da stehen. Ich glaube, das sind keine Arkham... Ähm... Arkham Sicherheitsleute. Hm. Da bin ich skeptisch. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.